Und warum kann ich dich nicht anvisieren? Woh! Ah ok. Aber da kommen wir wieder, da kommen wir wieder da. Hm. Da kommen auch wieder welche raus. Wow. Aber warum kommt da immer ein neuer raus? Ja, ist klar. Wie er wieder die Bohne nicht einsammeln will. Ich würde sie vielleicht einfach mehrfach besiegen. Ne, der kommt immer direkt. Ist ja schon der nächste. Wow wow wow. Hä? Ne. Ok. So funktioniert auch nicht. Irgendwann muss er aber mal hier... Der kaputt bleiben. Ah ja ok. Jetzt ist er kaputt geblieben. Komm. Kommst du auch? Schneller. Joe. Jetzt komm ich hier rauf. Ok. Ähm. Vielleicht mit Lumos. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht. Ja. Mit Lumos. Das ist halt schon ein bisschen offensichtlich. Da muss ja irgendwas hier sein. Hm. Ok. Hier ist soweit nichts. Außer die Tür. Klingt ein bisschen komisch. Und zaubert. Einen Trank. Den wollen wir nicht... Brauchen. Was mehr ist hier nicht? Ich dachte ich muss hier irgendwas... Besonderes machen. Holen. Schalter drücken. Um irgendwie so'n Tor jetzt da zu öffnen. Zumindest kann ich mich hier immer wieder... Heilen. Wo ich zwar... Waaah. Weiter. Ne. Ich möchte die Dinger gerne sehen. Falls die mich auch angreifen. Was die gerade irgendwie nicht wollen. Hallo. Da geht doch. Weg mit dir. Wie oft kommt ihr denn da raus neu? Ist ja auch irgendwie... Hä? Wo greift der mich nicht an? Hallo. Hallo. Wollt ihr nicht irgendwie einen armen kleinen Schüler hier erwischen? Was seid ihr für komische Kugeln? Da kommt immer noch Neues raus. Waaah. 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 Es ist aber mal gut hier. Wie viel seid ihr denn? Waaah. Waaah. So. Das wärs. Der kommt keine neue mehr. Haben wir. Da. Komm. Komm. Putt. 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 Und den haben wir auch erlicht. So, machen wir wieder unseren Abtrennzauber, kommen wir da rauf und dann gehen wir jetzt hier mit dem Abtrennzauber weiter. Ich bin gespannt, ob es jetzt noch mehr gibt, als nur einfach hier einen, äh, Kessel. Oh. Gefällt mir so ihr SS-Mod auch gar nicht. Also, warum gehst du nicht da hoch? Die hängen an Seilen, ne? Hm. Was war? Kein Seil. Ah doch, jetzt, das kann ich anvisieren. Flups. Ah. Okay. Was ist denn jetzt hier? Aufheben. Aufheben. Oh, ein Käfig oder so? Ja, Hauptsache, ich gammel hier an der Kante rum. Ah, das hört doch auf mit dem Scheiß. Oh, Mann, ey. Hier sind hier irgendwelche Fichtel und Kanten, die man da wieder nicht sieht. Weg, weg. Hier sind auch keine, keine Käfigge halt, ne? Weg, weg. Weg, weg, weg. Ah, guck mal, ne Tue. Aufmachen. Ja, schön, die sich hier bef... Woll ich ja mich verkackern? Ja! Logisch! Wie? Wiev había? Die verfreundbar jaja alle. Was geht denn hier ab, ey? Steh dich auch einmal da! Ah, das ist das, was hier so komische Geräusche macht. Falscher Zauber. Nein. Noch mehr von diesem Wichtel. Kann ich die da reinschmeißen, einfach? Aufheben. Möchtest du mal einfach runter. Weg damit. So, Problem gelöst. Ja, toll. Kommt einfach neue raus. Ich glaube, Takt hier. Mach, da, los. Ah. Wichtig, wichtig, wichtig. Das ist schon... Boah, ey. Schön. Ist doch nicht normal. Das ist doch viel zu schnell, als ich da durchkomme. Und diese Wichtelfiecher, die schießen mich da mit irgendwelchen Dingern ab. Ich will mich mal umgucken. Nee, der ist sonst nix. Ähm. Wichtel. Weiß nicht, ob die irgendwann, ähm... Auch, wenn ich die alle da reinschmeiße, dann... ...keine mehr nachkommen. Kann ich dann vielleicht jetzt hier durch... Nee. Ich glaube echt, ich muss hier... ...ähm, die Wichtel einfach alle da reinwerfen. So. Nächsten. Ah, guck mal. Jetzt wird's langsamer. Jetzt ist es doch zu schaffen. Wow. Was ist das denn? Warum springt der Idiot denn da runter? Wollt ihr mich verkacken, oder was, ey? Geht denn da einfach nachkonten? Waaaaah. Mann, das ist ein... ...Schlaumeier. Oh. Jetzt hier aufhebeln. So. Werfen. Werfen. Und den anderen hier. Platt machen. Aufhebeln. Mann, das ist so ein... ...begriffsstutziger Typ, der Harry. So. Hep. Und lauf. Oh, das hätt ich so locker schaffen können. Mann, ey. Das ist doch einfach nur nervig. So was Unnötiges. So, machen wir das einfach so. Machen wir erst erstmal einen runter. Hauptsache, ich musste jetzt 100 Zauber an den Plätzen, ne? So, der muss jetzt eigentlich schon ein bisschen langsamer werden. Machen wir schon mal einen weniger. So, irritier den. Irritier den. Boah, dieser Mistkerl. Wieso hat der mich erwischt? Boah, zauber doch. Du sollst auf die Scheiß Wichtel zaubern. Mann, stattdessen zaubern wir einfach mal auf die Tür, ey. So. Sorry, Kamera kann auch nicht stillstehen bleiben, ne? Ich seh' hier nix. Sie könnten natürlich Feuerkrabben sein. Man muss ja dann nix sehen, wenn hier Feuerkrabben sind. Was ist das denn? Was ist das denn? Ey, warum macht der den scheiß Zauber nicht auf die Krabbe, sondern da drüber? Die Krabbe rüchte sich auf und schaue... ...hier wieder so Feuerstrahl mit ihrem Arsch. Ich wollte die runter schubsen, aber das geht gar nicht mehr. Boah, guck mal, das passiert hier. Hier muss ich nicht irgendwie so'n Feuerstrahl im Arsch. Hier ist alles kaputt, ey. Ah! Immer so'ne Feuer... ...Krabenechse. Das war so klar. Das war so klar. Der macht nix. Aber wenn Harry hier rauf geht, dann macht der natürlich einen Feuerstrahl. Was? Soll ich mich verscheißern? Warum bleibt der nicht oben? Ja, dann hab ich losgelassen. Warum bleibt der nicht oben? So kann ich das dann... Hab ich doch niemals ne Chance damit. Was ist das denn jetzt? Habe ich den rechten? Hat ich das losgelassen? Voll für den Arsch. Bringt gar nichts. Ja, ist klar. Ich war so sicher, der hat aufgehört. Weil, hat ja Nicht mehr... Was soll denn das? Muss doch wenigstens ein bisschen Zeit haben, da durchzukommen, ey. So, okay, wieder Kesselkuchen. Kürzpastete. Weil der muss voll den Bewegungsmelder hier haben. Was bringt das hier eigentlich? Dann kann ich das ja auch sparen, ey. Was ist das denn? Ich war doch überhaupt gar nicht in... In seiner Reichweite. Wie viel er ist? Ja, ist klar. Ohne den Trank kommst du ja gar nicht hier durch. Ey. Du musst dich hier verbrennen lassen. Alter, der war doch überhaupt gar nicht in Reichweite. Weil ich bin gleich tot. Aber weil jetzt so viele... Und ja, von hinten kommen wir nicht dran. Wenn ich jetzt vorne gehe... Naja, okay. Macht ja wenigstens nichts. Hoffentlich war es das damit, ey. Aber ich sage, ich verliere meine ganzen Bohne näher an der Scheiße. Wie viel habe ich noch? Oh, 32. Von fast 100. Man sieht hier wieder nichts. Wie soll ich denn den runterholen? Wenn ich den einfach nicht avisieren kann, hä? So. Was haben wir hier? Kesselkuchen. Was haben wir hier? Kugel ist das Täter. Ja, auch Kesselkuchen. Wie sehe ich das Ding da an? Er macht es nicht. Verarsch mich nicht. Ich muss doch hier... Ich muss doch hier... Man will es mir doch nicht sagen, dass ich hier in den Raum gegangen bin, um zwei Kesselkuchen zu bekommen. Dafür habe ich natürlich so viel Leben verloren. Ich muss doch hier irgendwas machen. Ich muss doch hier irgendwas machen. Dann macht er doch auch was. Der geht doch hier hoch, der Zauber. Ah. Ich habe einfach nur... Irgendwie nicht getroffen gehabt. Oh, okay. Ich muss hier wirklich nicht zurückgehen. Bin ich denn jetzt? Joa. Komme ich jetzt zu dem Buch oder was? Da ist das Buch. Boah. Ich habe gerade so darunter springen sehen. Und aufheben. soo. Meine Güte. haben wir das buch endlich kapitel 5 meisterhaft im duel wirft den zauber eines gegners auf ihn zurück der du die zauber extrem aus ist die grundlage eines griff den zauber zurück der wussten waffnungs zauber ich habe keine ahnung ist die grundlage eines die du es mit experimenten hat ein du land die möglichkeit ein zauber umzulenken einer wird waffnet den gegner dass er wieder auf seinen urheber zurückbreitet und dieser für eine weile schutzlos gegen weiter angriffe ist da sehe ich keinen sinn drin durch das ich muss erst mal hier vielleicht brauche ich den ja noch ja toll ok ich habe verstanden äh was ist denn da nichts ok ja einmal kurz dahin Ah Den muss ich gedrückt halten Aber er leuchtet doch Huijuu Wah, also er macht das auch Verdammt Unfair Äh Okay Ähm Huijuu Huijuu Das Lukas kann ich auch Huijuu Und nochmal Huijuu Noch einmal, dann habe ich ihn erledigt Komm hier, mach schon hier rein Dingens Und Huijuu Komm zurück und Auch nochmal zurück Und da schon, er macht die Flüge nochmal zusammen Das war ja easy Wenn man einmal weiß wie geht, ne Aber kommen wir uns hier, ähm Achso, ich dachte, wir sind auch wieder Zaubertrank Aber nein, ist hier nicht Dann gehen wir halt wieder zurück Sollten wir ja Da hinten war ja, ähm Ich will den Zaubertrank auffüllen Ich will den Zaubertrank auffüllen Was machst du denn, Harry Was machst du denn, Harry Nein, es geht da nicht raus Da, Zaubertrank auffüllen Ist jetzt wieder Gegner hier Guckt so komisch Nein, okay Warum sind das drei, vier Tore Ich dachte, es gibt irgendwie vier Schalter Oder so Nein, da ist auch Zaubertrank Ich bin der Zaubertrank